Hallo liebe TT-Freunde, wir hatten euch vor gut drei Wochen über unser Gewinnspiel im Vlog informiert. Ihr wollt von uns gebeten, unser Video zum Cluster bzw. den Facebook-Beitrag zu kommentieren. Zu Gewinn gab es dabei für euch ein Exemplar des Clusters in eurer Wunschfarbe und in der Wunschschwammstärke. Insgesamt sind ca. 80 Kommentare eingegangen, was unsere Erwartungen deutlich übertroffen hat, da es für uns auch die erste Verlosen war. Nach Ablauf der Teilnehmerfrist haben wir die vier glücklichen Gewinner per Zufallsgenerator ermittelt. Sie werden euch links angezeigt. Wie ein Vlog bereits dargelegt, werden wir euch persönlich per YouTube oder per Facebook benachrichtigen, um eure Versandadresse in Erfahrung zu bringen. Wie bereits erwähnt, werden wir diese an SpinFactory weiterleiten. SpinFactory wird dann zeitnah den Versand an euch tätigen. Eine kleine Bitte haben wir an dieser Stelle noch an die vier Gewinner. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Feedback zum Belag geben würdet. Dies kann ein kurzes Video, ein Kommentar oder Bilder davon sein. Auch alle anderen Materialfreunde sind sicherlich an eurer Meinung interessiert. Abschließend möchten wir uns noch bei allen Teilnehmern bedanken und darauf hinweisen, dass wir in Zukunft weitere Verlosungen anbieten werden, sodass auch die Spieler bzw. Teilnehmer, die jetzt ohne Gewinn geblieben sind, in Zukunft weitere Chancen bekommen werden. Ich wir freue mich um den